Leute, wir haben das Finale gewonnen in Rocket League. Ich muss jetzt zwar nicht fahren, wir sind 7-2 vorne und es ist das erste Mal, dass ich gewonnen habe in Rocket League, das Finale. Oh, wir haben noch nicht gewonnen? Jetzt haben wir gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so krass.